hallo leute ich bin's heute eure lauri chan ja und ja es wird jetzt ein kleines vorstellungsvideo auch ein bisschen werden und ja manga update aber man ja also ja ich bin lauri chan wie mein youtube ja man das schon sagt ja so ich liebe animen mangas ich kann auch gleich sagen ich bin sowas nicht so gerade die beste ja 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 also ja ich liebe animes mangas so will ich noch zu mir sagen bin etwas chaotisch vielleicht aber naja also ich mache jetzt mal lieber dass man gab ja so ihr könnt auch gerne wenn ihr ja wenn ihr fragen an mir habt gerne und die kommentare unterschreiben ich kann sie gerne beantworten ja also das habe ich von das ist jetzt nicht so richtig manga ab konnte ich nicht zu mal gab der zur beschwung zeigen ist nämlich die manga preview die hat mir meine freundin mitgebracht man kann kosten ja dann geht es mal richtig los ich habe den zweiten band von prinzessin sakura den habe ich mir mal vorbestellt er war da weg war also ich habe mir war und bestimmten händler vorbestellen lassen ja das ist endlich dann ich kann den ersten band erstmal schön zu ende lesen das wird noch was hier ja dann habe ich den neunten band von poli guardian sailor moon ja also den habe ich schon angefangen zu lesen bin irgendwo hier oben sieht man das vielleicht aber die kleine luke ist bin ich wenn ihr wollt kann ich gerne noch mal ja meine mangas vorstellen ich habe noch nicht so viele wie die anderen aber ja so mittel bleiben wir gleich mal bei dem und habe ich mir noch mal band 10 besteht kommen geholt dann noch band 11 und noch band 12 damit habe ich das jetzt komplett noch fehlt glaube ich nur noch die letzten vier bücher also short stories und sailor v ja das sind jetzt einfach nur extra bände zu viel ich weiß ja die hole ich mir aber auf jeden fall auch noch ja kann immer hier ja ich kann ja noch mal etwas ähm die manga preview reinblättern verlange ich jetzt mal es hinbekomme die bücher ordentlich drauf wenn ich damit zu legen also das ist die manga preview die maga preview durchladen gratis okay ich bin zu ruhig immer mal es ist möglich dass wenn ich mal vertieft bin immer mal ganz kurz weg bin und ja sie dir ist gerade auch sehr sehr kurz aber ich bin mit mich mal nicht zu schnell zu reden und so und ja und ja keine worte ja also auf jeden fall sind die mangas drin also sind hier die mangas drin jeden fall und da habe ich mich sogar schon welche rausgesucht die ich mir dann auch mal holen werde ich gehe nämlich ähm also ich habe ja bald ferien zu einer freundin von mir und ja für zwei also die ganzen zwei wochen dann und da bleibe ich dann erst und ja die hatten kleinen mann also bahnhof kiosk muss man ja sagen da gibt es auch mangas von carlson und da hole ich mir einige und ja und was weiß ich was ich mir noch holen werde vielleicht mache ich dafür auch nochmal ein video und wenn dann zeige ich es euch nochmal und ja ja könnt ihr gerne mal bei meiner freundin die hat auch einen youtube-kanal vorbeigucken ich kann ihn leider nur sagen weil ich nämlich etwas zu doof bin und was in die infobox zu legen vielleicht kriege ich es ja noch hin irgendwie kriege ich es immerhin weiß man nicht wie aber irgendwie passiert kriegt man es auch immerhin ja das war es dann mal schon und tschüss bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal